Hallo, ich werde jetzt zum Mediamarkt fahren, weil ich mir jetzt ein neues Handy aussuchen werde. Und was findet ihr eigentlich besser? Findet ihr Samsung oder iPhone besser? Also ich weiß nicht, weil ich habe jetzt das iPhone 6s gehabt. Das hatte ich jetzt und ja, und jetzt hätte ich mir wahrscheinlich das iPhone 7 Plus kaufen, aber es steht noch nicht ganz fest, deswegen werden wir mal schauen, was es für schöne Handys gibt. So, da sind wir. Oh, die Handys sind auch voll cool. Guck mal hier. Die hier, die sind nicht schön. Ich mag die voll. Okay, dann werden wir mal beisammen. Sieht auch schick aus, oder? Nein, blau. Aber nein, ich bin irgendwie. Ich bin besser. Oder rosa. Das lassen wir doch lieber. Das ist auch geil, oder? Ich hatte sowas auch mal, so ein Armband, aber ich war zu faules zu tragen. Ich dachte, ich habe eine unaufschlösen Kamera, deswegen brauche ich keinen. Das sieht schon cool aus, oder? Das sieht schon cool aus, oder? Ich wollte gerade sagen, das ist der Times Square, aber ich würde vor allem, dass es nicht geht. Hups! Ja, voll cool. Voll cool. Ja, ich werde mir dann wahrscheinlich gleich das iPhone 7 Plus kaufen, weil ich finde das irgendwie voll cool. Und in Silber sieht es irgendwie viel besser aus als ich. Weil ich finde, Silber hat nicht so viel aus. Ja! Komm! 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 Schnell weg! So. Der ist auch so cool, aber ich finde, wisst ihr, ich will mir irgendwann mal so ein, ja eigentlich das hier, aber vielleicht muss man das erstmal aufmachen. So, das will ich mir kaufen, weil ich finde das irgendwie voll praktisch, damit kann man dann so Livestreams machen und so und das ist ja auch voll cool, oder? Dann könnt ihr mal mit meinem Handy eure ganzen Videos bewerben. Ja. Der ist so praktisch. Guckt euch den Stick. Und der ist so riesig, ne? Und der hat so eine Mini-Tastatur, das passt gar nicht. Oh Gott! Hilfe, schnell weg! Löschen, löschen, löschen. Wir müssen, stopp mal. Mh, ne Ente. Das ist Enten so cool. Aber Enten sind voll liebe Tiere. Kleine, niedliche Wesen. Okay, dann werden wir das Ding mal wieder ausschalten, ne? So Leute, dann sind wir bei meiner Lieblingsabteilung angekommen. Guckt euch das an, wie süß! Okay, dann, was ist denn eigentlich euer Lieblingstier? Weil es gibt so viele Tiere. Oh mein Gott, passt euch das an! Hä, wo ist denn der Kopf? Ach ja. Okay, nein, aber so ein Schafel ist nicht so cool. Aber der Fisch ist cool, der passt voll zu mir, ne? Ja, ja. Oh, tschuldigung. Oh, tschuldigung. Oh, tschuldigung. Oh, tschuldigung. Was ist denn eigentlich eure Lieblings-DVD? Also es gibt wirklich so viele DVDs mehr, aber ich weiß gar nicht, was meine Lieblings-DVD ist, weil es gibt halt echt mega viele, wo manche kann man zocken. Nein, okay, nein, das lassen wir mal lieber. Dann, Leo und zocken ist nicht so mein Ding. Also zockt ihr gerne? Ich weiß es nicht, also ich bin nicht so der Zocker. Ja, nicht so bequem, finde ich. So Leute, jetzt sind wir bei den Stativen. Und wisst ihr, ich finde auch so die Kameras, finde ich total cool, weil irgendwie finde ich praktisch, ich weiß nicht, mit so einem Film. Und da kann man so machen, so. Irgendwie finde ich sowas praktisch. Schöne Bilder machen. Nein, aber ich finde die wirklich richtig praktisch. Also ja, vielleicht habe ich ja bei so einer Kamera gekommen und wir sind halt schon doof. Wir sind jetzt bei Olymp und Hades und jetzt werden wir ein bisschen shoppen. Nach unerfolgreicher Handysiefe sind wir jetzt bei Olymp und Hades gelandet und werden jetzt mal gucken, ob es so schöne Sachen gibt. Ja! Hier gibt es auch verschiedene Abteilungen. Das ist auch voll praktisch. Und ja, zum Beispiel Tannyway gibt es hier, also das ist die Tannyway auf Tannyway. Das ist die Tannyway auf Tannyway. Ja, voll cool. Ich finde, wollte ich jetzt mal gucken. Ich bin aber auch mit ihr Eise und so weiter. Voll süß, dass ich voll viele von euch anspreche. Und dann kann ich voll süß von euch. Ja. So, hallo Leute! Also leider gab es das Handy nicht, deswegen müssen wir jetzt zunächst den Mediamarkt fahren und ich hoffe, dass es das da gibt, weil ich kann es gar nicht erwarten, mein Handy zu kriegen und es regt echt voll auf und deswegen werden wir jetzt zunächst den Mediamarkt fahren. Ciao, ciao. So, jetzt kommen wir zum Mediamarkt. Yes, Leute, sie haben es. Ich freu mich gerade richtig. Ja, endlich. Hey. Nee, aber die sehen wirklich cool aus, oder? Finde ich heiß. Was ist das? Oh, Leute, hier bin ich wieder und zwar wollte ich sagen, dass wir jetzt das Handy haben, was mich so freut. Guckt euch das an. Ich sterbe gleich. Ich freue mich gerade so unfassbar doll. Ist das einfach mein neues Handy? Nein. Oh mein Gott. Okay, nein, und wir fahren jetzt wieder runter und ich freue mich gerade so. Tja. Und dann werde ich zu Hause mal einstellen und dann könnt ihr ein bisschen mitgucken. Ciao, ciao. So, hey Leute, also wir sind jetzt gerade zu Hause angekommen. Da ist mein Hundi. Ja, und jetzt werde ich gleich das iPhone auspacken und dann könnt ihr auch zugucken. Also ich werde gleich die Kamera hier hinstellen. Könnt ihr alles live verfolgen. Ja. Wir sind, ich weiß gar nicht, wir sind um zwei losgefahren. Wir sind um zwei losgefahren und jetzt ist es oder um zwei, drei so und jetzt ist es einfach schon um fünf und jetzt ist es erst mit dem Handy hat es halt funktioniert und das regt mich voll auf. Also an alle Mediamarktleute und Saturnleute, warum habt ihr so wenig iPhone 7 Plus? Pluses, 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 Pluses. Hallo. Cooles Handy. Cool. Also ich habe das jetzt hier gerade eingestellt. Deutschland. Sprache wird eingestellt. Ja, ich will bloß nicht hier Afghanistan. Alles andere kann ich nicht sprechen. So, WLAN. Ja, ich freue mich gerade, dass mein neues Handy ist. Das hat so eine geile Kamera. Hallo Leute, hier bin ich wieder und jetzt habe ich auch mein altes Handy geholt und zwar so sieht das Ganze im Vergleich aus. Ups, ich muss erst mal klarkommen. Okay, jetzt sieht man den Vergleich nicht wirklich krass. Wartet mal. Okay, aber das ist wirklich krass, ein krasser Vergleich. Also so sieht das Ganze jetzt aus. Also da ist meine coole Leo Bellys Hülle. Könnt ihr mal vorbeischauen bei Print My Case gibt es das, also mit Unterstrichen immer noch, aber die ist auch für cool. Hab ich diese Handyhülle bekommen? Finde ich richtig cool. Und ja, sieht echt krass aus, so ein großes Handy ist wirklich. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Okay, dann ja, ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag und der Tag war echt mega anstrengend. Also recht krass. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich wirklich riesig freuen, weil dieses ganze Film war wirklich richtig anstrengend. Und ja, ansonsten, ciao, ciao. Und lasst gerne noch einen Kommentar da, wie ihr das Video fandet und was euer Lieblingshandy ist. Weil, keine Ahnung, manche haben ja Apple als Lieblingshandy und manche halt Samsung. Was ist eigentlich euer Lieblingshandy? Schreibt es mal in die Kommentare. Also ich werde da mal so durchschauen, was so die Mehrheit ist oder andere Handys. Und ja, ciao, ciao.